Es ist zwar Oktober und gerade Halloween Season. Ich zeige euch trotzdem den aktuellen Weihnachts-Merch. Hallo mein Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Weihnachten steht kurz vor der Tür, also wir haben jetzt mal Oktober, aber man muss da schon mal über Weihnachten nachdenken und es gibt schon sehr sehr viel Merchandise hier im Park. Und das zeige ich euch natürlich gern. Wir sind jetzt hier in den Walt Disney Studios direkt nach dem Eingang links in den Shop. Und was es hier gibt an Weihnachts-Merch zeige ich euch jetzt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.